Zu dir von Joachim Ringelnatz Sie sprangen aus rasender Eisenbahn und haben sich gar nicht wehgetan. Sie wanderten über Geleise und wenn ein Zug sie überfuhr, dann knirschte nichts, sie lachten nur und weiter ging die Reise. Sie schritten durch eine steinerne Wand, durch Stacheldrähte und Wüstenbrand, durch Grenzverbote und Schranken und durch ein vorgehaltenes Gewehr, durchzogen viele Meilen mehr. Meine Gedanken, ihr Kurs ging durch, ging nie vorbei und als sie dich erreichten, da zitterten sie und erbleichten und fühlten sich doch unsagbar frei.